20. Weihnachtszauber im Jahr 2023 im Schloss Bückeburg Ich zeige Ihnen hier einige Impressionen, von meinem Besuch. Unter dem Motto, der Weihnacht heller Lichterglanz, präsentiert sich das festlich geschmückte Schloss Bückeburg. Eine atemberaubende Weihnachtswelt zum Staunen, Schlemmen und Schocken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich gibt es eine Lichtergala, mit musikalischer Darbietung von Jessica Blume, auf dem Schlossplatz. Musik 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 Hat Ihnen das Video gefallen? Bilder und Video erstellt von Thomas Scharner